Ja, Leute. Du kannst dir dieses Video ansehen, wenn du ein Mädchen bist. Ja, Habibi. Jungs sind nicht erlaubt, um dieses Video zu sehen. Aber warte. Jetzt fragst du, warum nur Mädchen, warum nicht auch Jungen, sich dieses Video anschauen können. Das liegt daran, weil in diesem Video ist etwas Magisches im Wasser, das nur Mädchen sehen können. Bist du bereit, um zu sehen, was im Wasser ist? Bevor wir anfangen, like das Video, abonnieren. Danke. Hast du etwas gesehen? Wenn du es gesehen hast, dann bist du wahrscheinlich ein Mädchen. Was war es? Sagt es mir in den Kommentaren. Habt einen fantastischen Tag.